Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer brandneuen Folge Lego World. Ich habe mich bei den hochsommerlichen Temperaturen in den Keller verzogen und am Brick Mountain weitergearbeitet. Und was in den letzten drei Wochen so alles passiert ist, das seht ihr wie immer kurz und kompakt im Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Tja, ihr seht, es hat sich viel getan am Berg, doch ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Und das nächste Bauvorhaben steht auch schon in den Startlöchern. In Folge 10 entsteht ein kleiner Stadtpark im Herzen der Lego World. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und genießt die Sonne. Bis zum nächsten Mal.